Hey Freunde, ich bin's Lamy, willkommen zu einem neuen Video von mir und Leute, heute gibt es mal ein mega cooles Roblox Video und zwar mit einem Special Guest und zwar Vitamine Hey, moin moin, ich bin's Oh ja, und deswegen Freunde, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst und schreibt noch ein nettes Kommentar, damit ich euch grüßen kann und wenn ihr das alles getan habt, dann seid ihr auf jeden Fall in der Lamy Army Und Vitamine, bist du schon bereit? Oh yeah, und ich habe schon fleißig Lamy abonniert, let's go Oh, das ist mega cool, okay, wir spielen gleich das erste Spiel und wollen wir das so machen Wir machen einen Wettbewerb und zwar, wer mehr Runden gewinnt, okay? Oh ha, gerne, 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 aber ich muss jetzt mal schauen, was muss man hier machen? Oh Gott, oh Gott, ich weiß es gerade selber gar nicht, ähm, oh, warte mal, hier geht so einiges kaputt gerade Oh ha, du darfst glaube ich nicht auf die roten Dinger kommen, oder? Oh, oh, warte mal, da unten ist noch Lava, oh Gott, oh Gott, pass auf, Vitamine Alter, was geht hier denn ab? Okay, hier kommen so Stacheln raus und hier gehen ein paar, oh, Sachen runter, oh Gott, oh Gott, komm mal zu mir Äh, Lamy, ehrlich gesagt, trau ich wie dich hier gerade drüber, okay, hey, Moin, ich bin hier Oh, warte mal, noch 30 Sekunden, aber Vitamine, du musst jetzt endlich runterfallen, ich brauche den ersten Punkt Äh, nee, 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 ich will nicht runterfallen, ah, hier bin ich sicher, oh, oh ha Warte mal, oh Gott, oh Gott, das geht hier mega ab, ey Ja, das geht doch 20 Sekunden vor allen Dingen Komm schon, in den 20 Sekunden wirst du auf jeden Fall runterfallen Ja, ich hoffe es nicht, ich will den Punkt haben Warte mal, was steht denn da überhaupt über deinen Namen, über deinen Namen steht cool Äh, ja, wer hat das da hingeschrieben? Hey, Moment mal, ich bin der Coole Ich bin ein Pro, oh Aber, Vitamine, ich glaube, wir haben beide überlebt Let's go, wir haben beide einen Punkt bekommen Oh, wirklich? Ich glaube, wir sind beide die coolen Aber-Vitamine Wer heute mehr Spiele gewinnt, das werden wir noch sehen Aber auf jeden Fall haben wir beide jetzt einen Punkt Yeah, wir sind die Besten Okay, also ab zum nächsten Minigame Let's go Labi, schau mal, Labyrinth Oh, warte mal, ich glaube, es gibt nur einen Sieger diesmal, oder? Ah, wo muss ich denn überhaupt hin? Oh, ich weiß gar nicht, wie das Spiel geht Oh Gott, oh Gott, wir müssen auf jeden Fall einen Ausweg finden Oh, warte mal, ich wurde ausgesperrt Warte mal, ah, die Wände, die ändert sich jedes 5 Sekunden Oh, okay, verstehe Moment mal, aber wo ist denn der Ausweg? Oh, Vitamine, du darfst ihn auf jeden Fall nicht früher als ich finden Ich würde gerne allgemein hier ein bisschen weiterkommen Oh Gott, oh Gott, ich komme mir gerade auch nicht so viel weiter Aber, oh, ich bin eingesperrt Oh, ich auch, ich bin aber mit 5 anderen hier drin Ich bin auch noch mit einem Geist hier eingesperrt Oh, wie gruselig Oh, hast du etwa Angst vor Geistern? Ich doch nicht Ich habe noch nicht von niemandem Angst Oh, ich bin frei, oder? Was? Ich habe es geschafft Nein, wie unfair Oha, ich würde jetzt zuschauen Noch 10 Sekunden, vielleicht schaffe ich das auch noch Und ich habe es auch geschafft Oh yeah Alter, du hast einfach die letzten 10 Sekunden noch geschafft Tja, das heißt, es steht 2 zu 2, oder? Ja, das war mehr Lack als Verstand und Glück Ach, Mann, ey, ich glaube Hey, das stimmt doch gar nicht Aber ab zum nächsten Minigame Und? Oh, was ist das denn für ein Spiel? Äh, ah, du musst die korrekte Anzahl an Adlern zählen Okay, okay Ich glaube, das ist doch easy Oha, so, ich habe eingezählt Du musst die Leertaste, glaube ich, benutzen Ah, okay, verstehe Okay, 2 Na gut, dann gucken wir mal, wer besser zählen kann Ja, 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 ich habe schon 10, und du? Äh, warte mal, ich habe 15 Oh, was, ich glaube, ich habe falsch gezählt So, Moment mal, aber noch 30 Sekunden Und dann wissen wir, wer die richtige Anzahl hat Oh Gott, oh Gott, da waren jetzt ein paar mehr Oh Mann, und warum sind da Wölfe an der Seite? Kommen hier auch Wölfe durch? Das verstehe ich auch nicht Aber auf jeden Fall dürfen die Wölfe... Oha, da rett ein Adler unten auf dem Boden Äh, ein Adler, das ist ein Wolf, hey Hey, nein, das ist ein Adler, den musst du mitzählen Ach so, aber jetzt sind irgendwie ganz, ganz viele Tiere unterwegs Oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt los? Ey, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich doch richtig liege oder schon falsch bin Und dann 21, wir sind beide richtig Nice, das heißt, wir haben alle Spiele gewonnen Und guck mal, Lavi, ich habe einfach hier so kleine Schweinchen als Haustier Warte mal, das ist ein Sparschwein Ich glaube, ich werfe dir mal ein Euro rein Ey, nein, 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 nein Das ist kein Sparschwein Aber Vitamine, weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir sind bis jetzt gleich gut Es steht 3 zu 3 Ja, das müssen wir auf jeden Fall ändern, denn ich will gewinnen Oh nein, ich werde gewinnen Und warte mal, das nächste Spiel heißt einfach springen Seilspringen, das kenne ich doch Oh Gott, oh Gott, okay Wer wird wohl jetzt gewinnen? Oh nein, das ist übel anstrengend Das kann ich dir jetzt schon sagen Und es geht los Oh Gott, oh Gott Okay, hier verliert man aber auch Leben Also du darfst nicht mehrmals das Seil berühren Oh Gott, oh Gott Hast du schon Leben verloren? Ich habe schon Leben verloren, oh Gott Und du? Nein, noch nicht Let's go, komm Verlier doch einmal Leben Komm schon Ich darf noch nicht einmal das Seil berühren Sonst bin ich... Nein, ich bin draußen Was? Oha, nein Das ist richtig gut für mich Das heißt, ich kann vorziehen Und vielleicht kann ich dieses Spiel gewinnen Warte mal, ich schaue dir zu Aber hast du schon Leben verloren? Nein, aber das geht übel schnell auf einmal Oh, Moment mal Wie gut bist du denn? Oh, der Seilspringprofi Oh Gott, oh Gott Noch 10 Sekunden Komm schon Du musst noch zweimal das Seil berühren Oh, nein, 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 nein Ich will auch mal gewinnen Komm, Lami Du musst mir die Chance geben Nein Du hast den vierten Punkt bekommen Ja, ist aber nicht so halb so wild Ich meine Du hast noch genug Chancen aufzuholen Okay Dann sehen wir uns im nächsten Minigame Und Vitamine Hä? Ein Jump'n'Run? Oh nein Da bin ich übel schlecht drinnen Moment mal Du bist schlecht in Jump'n'Runs? Oh ja, ich bin echt nicht so gut in Jump'n'Runs Das ist meine Chance Ich werde gewinnen Moment mal Ich stecke hier fest So, weiter geht's Aber warte mal Ich bin übel gut gerade Und voll weit gerade Und du? Warte mal, was? Ich bin fast in der Mitte Ich auch So, jetzt bin ich drauf Und ich habe gewonnen Ja, ich habe es auch geschafft Yeah Moment mal Oh, Manu Das heißt Wir beide bekommen wieder einen Punkt Oh yeah Und ich trinke ganz entspannt Mein Kakao Kakao? Moment mal Das ist kein Kakao Ey, was ist das sonst? Ähm, das ist Das ist Kaka Deswegen stinkt das so Aber Vitamine Jetzt steht es 5 zu 4, richtig? Oh ja, ja, ja Die letzten Spiele sind ganz, ganz wichtig Wer jetzt die meisten Punkte macht? Okay Und jetzt gibt es eine Prügelei Oh Gott, oh Gott Da freue ich mich drauf Ich mich ehrlich gesagt nicht Ich werde dich fertig machen, Vitamine Oh, oh Nein, oh nein, oh nein Was muss man jetzt hier machen? Oh Gott, oh Gott Wir müssen auf jeden Fall kämpfen Oh, die letzten drei Überlebenden gewinnen Okay, dann verschwinde von mir, Vitamine Ja, komm her Komm her, Labi Oh, warte mal Lass uns den Geist verprügeln erstmal Oh, echt mal Let's go Oh, was? Ich werde angegriffen Warte mal Oh Gott, oh Gott Verschwinde von mir Aua Warte mal Du hast schon ein bisschen Leben verloren Aber jetzt werde ich auch mal ein bisschen kämpfen Und los Oh Gott, oh Gott Warte mal Ich habe zwei umgeschnetzelt Der hat mich einfach umgeschnetzelt Vitamine Das war doch unfair Warte, warte, warte Ich habe nur noch ein kleines Leben Und Nein Du bist auch weg vom Fenster Oh, Mann Das heißt Wir müssen noch ein Spiel spielen Oh, yeah Äh, ich bin eine Kugel Äh, warte mal Das ist so eine Hamsterkugel oder so Oder? Oh, nein Guck mal nach oben Du darfst nicht von dem gegriffen werden Das ist so ein Automat Der zieht uns da rein Moment mal, nein Oh Gott, oh Gott Verschwinde Oh Gott, oh Gott Der ist schon hier Der hat den ersten reingetan Ja, und man kann gegensteuern Guck mal Ah, du musst blinken Oh, nein, nein, nein Ich glaube, der will mich nehmen Oh Gott, oh Gott Das war knapp Vitamine Lass mich weg Ja, ja, tschüss Ich fahre in die andere Richtung Oh Gott, oh Gott Der bleibt da, glaube ich, stehen, oder? Oh, oh Oh, nein, oh, nein Das war knapp Aber der hat niemanden bekommen Oh, komm schon Ich muss weg hier Vitamine, der muss dich bekommen Nee, ey, hör auf, ey Weg nach dem Labi Hier ist Labi Ich glaube, wenn er dich bekommt Dann hat er den Hauptpreis Oh Gott, komm schon, Vitamine Ich schub's dich jetzt da rein Ich bin schon vorbeigefahren Oh, oh, oh Der verfolgt mich Vitamine, lass mich durch Nein, oh Gott, oh Gott Ich halte dich fest Ich halte dich fest Let's go, komm So, jetzt halte ich dich mal fest Okay, tschüss Ich fahre in die andere Richtung Okay, dann fahr mal zu dem Und komm schon Der muss ich packen Nein, er hat dich Er hat dich Oh, tschüss, Vitamine Nein Und damit hast du verloren Aber Moment mal Vitamine Jetzt steht es unentschieden Oh, Mann Aber das heißt Das nächste Spiel wird entscheiden Hm, vielleicht können wir das auch Im nächsten Video klären Oder? Oh, das wäre natürlich mega cool Okay Also, Freunde Falls ihr eine Revanche sehen wollt Von Vitamine und mir Dann lasst gerne dem Video Einen Daumen nach oben da Und vergesst natürlich nicht Den Kanal zu abonnieren Und die Glocke zu aktivieren Und, Freunde Ganz, ganz wichtig Ihr müsst auch bei Vitamines Kanal vorbeischauen Der ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt Und dann würde ich sagen Sehen wir uns morgen beim neuen Video wieder Und Ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal